Die Weltkriege Die Weltkriege Als Fülle neuer Ideen und befreiender Debatten. Und auch dem Theater ging es in dieser Zeit äußerst gut. Es profitierte von neuen Ideen, von neuen Köpfen, wie der gesamte Rest der deutschen Kultur. Doch wie gelang es den Regisseuren und den Autoren, diese riesigen Seele hinter mir zu füllen, obwohl so eine schwere, traurige Zeit gerade erst vergangen ist. Es ist ein Wunder, dass das Theater unter solch ungünstigen Bedingungen florierte. Die katastrophale wirtschaftliche Lage und das raue politische Klima hätten eigentlich jede ernsthafte Theaterarbeit unmöglich machen müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Zehn aufregende Jahre lang, von 1919 bis 1929, präsentierte das Deutsche Theater Aufführung von solcher Vielfalt und Originalität, dass Weimar Deutschland weltweit als Zentrum der Theaterinnovation galt. Die Revolution und die Errichtung der Republik hatten auch für das Theater unmittelbare Konsequenzen. Die Zensur wurde abgeschafft. Bisher verbotene Stücke und unterdrückte Ideen kamen nun zu Gehör. Hoftheater wurden in den Besitz der öffentlichen Hand überführt. Bei Übernahme durch die neuen Provinzregierungen wurden einige zu Staatstheatern. Die übrigen wurden Stadttheater und damit städtische Aufsicht unterstellt. Ihre adeligen Leiter wurden durch Männer von demokratischer Gesinnung ersetzt. Es gab sogar schon Versuche, ein Mitspracherecht der Schauspieler und des Bühnenpersonals bei künstlerischen, politischen und finanziellen Entscheidungen einzuführen. Abseits von den Kulturzentren entstand ein neuer Typ, Tourneetheater. Das waren meist junge Schauspieler, deren ideal, gutes Theater in die kulturell benachteiligten ländlichen Regionen zu bringen, auch Teil des Kulturprogramms der Republik war. Gleichzeitig konnten sie hier, wenn auch schlecht bezahlt, dem Konkurrenzdruck, der im privaten Sektor herrschte, ausweichen. Die meisten Theater der damaligen Zeit erhielten keine Subventionen. Häuser unter öffentlicher Trägerschaft waren jedoch von der Verduchungssteuer befreit. Das heutige Subventionssystem entwickelte sich nur langsam. Oft mussten die selbst ums wirtschaftlich überleben kämpfenden Stadtverwaltungen ihre Mittel bis zum äußersten strecken, um die unvermeidlichen Defizite ihres Theaters zu decken. Sie hätten es als Schande empfunden, wenn ihr Gemeinwesen nur Kino und Varieté zu bieten gehabt hätte. Stadtväter, die etwas auf sich hielten, schätzten das Theater als Vermittler von Bildung und Kultur, wofür Opfer zu rechtfertigen waren. Geld war auch in den 20er Jahren das Hauptproblem. Nicht wenige Theater gingen im Konkurs. Zum Teil war das inflationsbedingt und eine Folge der allgemein unsicheren wirtschaftlichen Lage. Zusammenbrüche hatten ihren Grund aber auch in der rasanten Verbreitung konkurrierender Unterhaltungssparten. Das Publikum hatte die Wahl zwischen der Melodramatik und Komik des Kinos, dem erotischen Kitzel und Glamour der Revue und der spannungsgeladenen Atmosphäre bei den gerade in Mode kommenden Sportereignissen wie Sechstagerennen und Boxkämpfen. Ein Kulturtheater war einfach keine sichere Kapitalanlage mehr. Vor allem die Filmeindustrie wurde immer stärker. So kam es nach dem Börsenkrach 1929 zum vorzeitigen Ende der aufblühenden Theater. Die Schauspieler spielten teilweise vor fast leeren Häusern. Ein Kritiker zählte einst nur sieben zahlende Gäste. Also blieb das Theater vorerst im Schatten des aufkommenden Nationalsozialismus und feierte sein Cutback erst nach dem zweiten Übenkrieg wieder. Jetzt, wo die Regisseure und Autoren ihre geistige Freiheit erhielten, womit fütterten sie da ihre Stücke inhaltlich? Allen war klar, man brauchte nun endlich eine Veränderung im Vergleich zu den Vorkriegsjahren. Und so entstanden neue Theaterformen wie das epische Theater und das politische Theater. Die epische Theaterform hatte seinen Vertreter oder Begründer in Berthold Brecht. Brecht wurde 1898 geboren und wandte sich, nachdem er als Lazarettsoldat den ersten Weltkrieg überlebt hatte, der Lyrik zu und schrieb in Berlin Theater. Das berühmteste Theaterstück der 20er Jahre, die Drei-Groschen-Oper, stammte aus seiner Hand. In diesem Stück geht es um Bettler, Huren, Räuber. Allgemein geht es um die Kriminalität der Großstädte. Und eben dies machte die epische Theaterform aus. Brecht wollte die Zuschauer nicht in Illusionen hüllen. Er wollte nicht, dass sich die Zuschauer in Figuren einfühlten, sondern dass genau über diese Figuren geurteilt wird und diskutiert wird, um einfach für eine bessere Welt zu sorgen, indem er auf die schlechten Punkte, die draußen vorherrschten, aufmerksam macht. Das politische Theater jener Zeit hatte seinen Begründer in Erwin Piscator. Piscator war ein sehr erfolgreicher Regisseur und arbeitete mit Schriftstellern wie Brecht zusammen. Er machte sich nach dem Ersten Weltkrieg zur Aufgabe, durch politisches Theater noch politisch unschlüssigen Einwohnern der Republik den Gedanken des Kommunismus einzupflanzen. So waren seine Theater einfach, um verschiedene Bevölkerungsschichten zu erreichen und griffen häufig auf aktuelle Themen zurück. So wurden seine Stücke teilweise sogar zum Wahlkampf eingesetzt, nämlich 1924 vor den Reichstagswahlen als Wahlveranstaltung der KPD. Anhand des Theaters kann man wunderbar die Fülle der 20er Jahre erkennen. Es ist schade, dass diese nur so eine kurze Zeit über dauerten. Denn wer weiß, was sie noch mit sich gebracht hätten. Was wäre passiert, wenn Theater und Co. wohl nicht durch den aufkommenden Nationalsozialismus gebremst worden wären? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020